Meine geliebten Kinder des Lichts, eine Zeit der Freude, eine Zeit des Feierns bricht nun für euch an. Warum? Weil ihr nun souverän eure neuen Wege gehen könnt, weil ihr diese Wege mit so viel Freude und Liebe in euren Herzen gehen werdet, da dies die Wege eures Herzens sind. Freude, Liebe, Licht und Wohlergehen wird beim Gehen dieser Wege entstehen. Leichtigkeit, wenn ihr dies zulässt. Natürlich werden euch immer wieder diverse Hürden begegnen in dem Sinne, dass ihr vor neuen Herausforderungen steht. Diese Wege sind ja vorher noch von niemandem beschritten worden, nicht wahr? Durch diese gefühlten Hürden werdet ihr mit Leichtigkeit nehmen und die gestellten Aufgaben mit Freude bewältigen. Weil ihr wisst, dass ihr das könnt und weil ihr wisst, dass dies ein besonderer Weg ist und sein wird. Die neue Welt hält nun für euch einiges bereit, das ihr aus alten Vorgehensweisen nicht kanntet. Vielleicht mögt ihr von manchen Menschen erstaunte Blicke und Reaktionen erhalten. Vielleicht mag der eine oder andere auch sagen, dass dies nicht möglich sein wird. Doch ihr wisst, dass es möglich ist. Ihr wisst, dass ihr das könnt, wenn ihr seid genau zu diesem Zeitpunkt hier auf Erden, um genau dies zu tun. Neues auf die Erde zu bringen und den anderen neue Wege aufzuzeigen, die eben vorher noch nicht begangen wurden. Bleibt im Vertrauen, meine Geliebten. Ihr seid höchstgeführt und unterstützt bei all eurem Tun. In einer hohen Angebundenheit an euer wahres Selbst könnt ihr auf diesem Weg nur erfolgreich voranschreiten. Denn ihr seid jetzt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, vertraut zu jeder Zeit dieser Wahrheit. Euer euch liebender göttlicher Vater Das wird nicht klar. 3 4 Untertitelung des ZDF, 2020